Hallo Römerlehm, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play bei so Nachbarn. Wir sind dabei eine feurige Grillparty. Okay, wir brauchen sechs Streiche. Alles klar, alles klar. Okay, manchmal muss man auch den Nachbarn ablenken mit einem Streich, um einen anderen platzieren zu können. Alles klar, merke ich mir. Das war ja irgendwie schon abzusehen. Das Schweinchen ist fort und der Kühlschrank voll. Der Grill läuft auf Hochtouren und der Nachbar lässt sich ein Steak nach dem anderen schmecken. Dazu noch ein gutes Gläschen Wein. Was für ein Festmahl. Doch der Nachbar hat die Rechnung ohne Wulli gemacht und der hat ein paar feurige Überraschungen geplant. Alles klar. Die Bims gespannt. Okay, wir haben da oben Feuerdeutschen, habe ich schon gesehen. Erstmal hier reingucken. Da ist nix, okay. Die Stecknadeln. Okay. Wachstumsmittel und Wund... was? Wundbenzin, okay. Wir haben wieder eine Bananenschale. Im Kühlschrank. Essig. Das Wachstumsmittel kommt da rein. Gewundbenzin. Okay. Essig definitiv hier rein. Alles klar, okay. Gut, dass ich erstmal ein Neues. Oh Gott. Ich bin gespannt, ob ich da drin was habe. Nichts, okay. Feuerlöscher. Nein, er ist rein. Okay. Ich denke mal, ich muss das Benzin hierhin klatschen. Da rein. Und fange ich hiermit auch an. Ah, okay. Wachstumsmittel da rein. Benzin da rein. Da würde ich sagen, warten. Ah, auf den Stuhl, okay. Äh, kurz warten, bis er hier lang geht. Dann die Banane platzieren. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Und abhauen. Okay, jetzt nimmt das jetzt den Feuerlöscher. Sehr nice. Das hat schon mal gut funktioniert. Das war gut, ja. Da muss ich den Wein als erstes machen. Weil er ja gleich... Oh, oh, ich habe gepflanzt. Weil er ja gleich... Das dauert ja ein bisschen, bis er hier... den Wein trinkt. Okay. Jetzt macht er wieder diese mega lange Animation. Das ist... Ungeil. Ey. Eine Maus. War ein Bild. Bildschirmrand so. Ah, funktioniert das? Yes, okay. 18. Der Wein gibt 15 und dann kriegen wir noch mal drei von den Dings, glaube ich. Komm, 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 komm. Nice. First try, Leute. Ja, geil. Wo gleich die nächste Folge hinten rangehängt. Ich muss ja nichts schneiden, merke ich gerade. Schön. Das ist nice. Alles klar. Wahnsinn. Die gesamte Staffel war ein durchschlagender Erfolg. Sie sind der Hit des Jahres. Der goldene Nachbar gehört Ihnen. Schön. Ich könnte das natürlich auch so als Folge hochladen, aber ich meine, ne? Warum nicht? Warum jetzt nicht noch eins machen? Alles klar. Bis zum nächsten Mal,